Kommt alle her zum Fenster und schaut, es fängt gern zu schneien. Haben wir hinaus, wir laden heute alle zur Schlittenfahrt ein. Die Welt hat sich verändert und scheint verzaubert zu sein. Hallo, ich bin Stefanie Hertel und ich lade euch ein zu meinem ganz besonderen Weihnachtskonzert. Märchenhafte Weihnacht. Wir haben extra für euch eine Weihnachtsgeschichte geschrieben und dieses Märchen wird uns den ganzen Abend lang begleiten. Jeden Abend, wenn mein Großvater aus der Werkstatt kam, hat er sich die Zeit genommen, mit mir zu spielen. Opa Hans musste schmunzeln, als er sich an die Zeiten mit seinem Großvater erinnert. Eine Träne läuft ihm übers Gesicht. Dazu gibt es traumhafte Weihnachtslieder für die ganze Familie, von mir und meiner Familie. Ich habe den Weihnachtsmann gesehen, wie er an der Straßenecke steht. Kann allen Zweifeln widerstehen, heute werden Wunder geschehen. Ich habe den Weihnachtsmann gesehen. Es versetzt einen irgendwie in eine Kindheit wieder zurück, so wie es einfach früher war. Das familiäre vor allem und auch die außergewöhnlichen Stücken haben uns immer noch so fasziniert, dass wir eigentlich da total glücklich und zufrieden heimfahren und eben was Besonderes mit im Herzen nach Hause nehmen. Märchenhafte Weihnacht. Wir freuen uns auf euch. Die Welt hat sich verändert und scheint verzaubert zu sein. Kommt mit hinaus, wir laden heute alle zu Stückenfahrt ein. Wuhu!